Die im Grunde einmal hier reingeht. Und hier. Hör auf zu speichern! So, Lebensmittel, Schauenstein, dann fehlt hier noch ein schickes Depot und dann brauchen wir hier Güte. Lebensmittel, fünf Stück. Ne, Juli nicht schlafen, Juli nicht müde. Juli nur... nicht müde. Ja, so wie ihr mich aber kennt, ist es gut, dass es so viele Autosales gibt. So. Und wir machen Fett Minus. Zahlen wir erstmal zurück. So, der macht noch Fett Minus, das ist klar. Der da unten. Oh. Können wir einen im Grunde wieder abschaffen. Können wir den ins Depot schicken. Ja, was ist denn der? Wenn du jetzt hier abgeladen hast, gezahlt hast du, jetzt gehst du ins Depot. Puh. So, Lebensmittel warten nun auch da. No. So viele Lebensmittel-Trucks brauchen wir gar nicht. Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, ja. Aber. Bei mir. Bei mir läuft seit dem letzten ein Justin Bieber Song. Nein. So, ich habe ja jetzt auf einmal saufen. So. 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 Nein, das war sogar noch davor. So, das Lied ist ziemlich neu. Wer möchte raten, wie das Lied heißt? Wenn ihr es nicht schon kennt. Er singt Gott sei Dank nur den Hauptteil. Aber ich finde das Lied irgendwie cool. Ja, weil er da alleine ist. Weiß ihn nicht, sag ich jetzt einfach. Deswegen muss ich gleich mal gucken, wie lang die NCS-Playlist noch geht. Nur einen Moment. Ach ja, die geht nur 40 Minuten, alles klar. In den Test traut sich auch niemand. So, wir zahlen mal hier unsere Schulden zurück. Sehr schön. Ja, Justin Bieber ist wohl so, vor allem so wie er. Ja, aber Baby ist ja das letzte Schwuchtel-Lied. So, wie gehen Sie dann über? Das ist mein Account, du hast einen eigenen, sorry Max, aha, okay. Ja, Likon, ganz genau. So, mal gucken, machen die anderen noch plus, eher weniger. Okay, warum machst du denn so wenig? So, du machst jetzt fast eine Million plus. So, mal gucken, um wir da vielleicht noch ein bisschen... Oihioihitoih.. Ein bisschen mit Potenzial. Da brauchen wir dann vielleicht noch mal ein paar Lebensmittel. Oh, wunderschön. Wieso fahrt ihr... Ach! Fuck! Wo fahrt ihr hin? Nein, 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 kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück! Scheiße! Ihr müsst auf Linie 6. Verdammt, der Hacke nochmal. Leu? Ihr müsst auf Linie 6. Verdammt, wie mache ich das denn hier? Linie 6, Linie 6, Linie 6, wieviel waren es denn? 5? Waren es 5? Ja. Erstmal umdrehen, bitte. Dankeschön. Oh, Fail! Likon! Deine Tipps sind einfach Gold wert, Mensch! Das Mikro-Management ist ja mega nervig, was ist das Mikro-Management? What? Weiß ich nicht, was das ist. Nicht sprechen! Danke! Müssen die hier abbremsen? Warum bremst ihr hier ab? Was? Was ist das Mikro-Management? 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 Okay, das bin ich. Oh, nee, nee! Okay ... ... ... ... You have to write to write in deutsch at micromanagement, würde mal sagen er kämpft mit seinem Mikrofon. What? Wieso micromanagement, hä? Hallo! Das ist doch alles wunderbar. Fuck. Hä? Bin verwirrt! Ich bin mehr als verwirrt. Ach mit seinem. Das wusste ich. Die fahren trotzdem noch. Amen. Ich bin mehr als verwirrt. Ich hab noch. morgens aus, wenn ich zur Arbeit fahre. Schön. Hallo Miko. Da hochfahren noch einige. Wo wollen die denn hin? Wollen die zu der Stadt hier? Aha. Nein, nein Likon, nicht hinter mir. Ich stecke da mittendrin oft ganz am Ende. Wie groß sind die eigentlich schon? 800. Was ist eigentlich, wenn ich einfach mal so mache? Weil ihr müsst ja jetzt im Grunde die Bahn nehmen. Was macht ihr denn jetzt? Bau nicht möglich. Super. Boah. Oh, ne du echt. Warte. Warte. Warte fu. Ich möchte gerne einen Bug melden. Hier. Was? Was ist das denn? Werkstatt ist nicht da. Der hätte das gleich in seine Liste mit aufnehmen können. Ich weiß nicht, was alles in der Bannliste drin ist. Wir haben jetzt wieder in den Bannsack. Eimer. Als nächstes mal Hayter. Warte. Das war's. Oder wie es in der Bannliste drin ist. Das war's. Immer wieder zurück. Dann sind der Bannliste drin. Dann bin ich im Liefer. Und die genie mit aufnehmen. Dann bin ich im Liefer. Ich bin echt, wenn ich nicht nur noch unterrichte. Ich bin echt. Dassel ich in dieser Bannliste drin ist. Dann bin ich natürlich nicht. Und ich bin hier im Liefer. Und ich bin jetzt mit dem. sehr viel, ich bin. ok da könnten wir sogar noch mehr tun wir mal noch mal 3 4 so diesmal aber auch richtig auf linie 6 sehr schön wir sind schuldenfrei 22 millionen haben wir oh je was ist denn hier los da müssen wir jetzt mal die ganz alten ersetzen was haben wir da drin den besten es wurde aber im grunde auch erstmal der reichen sofort ersetzen ja sofort ersetzen ja 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 ja